Frederick Forsythe, der Afghane, Stingray. Wenn der junge Talib-Leibwächter gewusst hätte, dass ihm dieser Handy-Einruf den Tod bringen würde, hätte er es nicht getan. Aber er wusste es nicht, und so tat er es. Und es geschah. Am 7. Juli 2005 ließen vier Selbstmordattentäter in der Londoner Innenstadt ihre Rucksackbomben explodieren. Sie töteten 52 Pendler und verletzten ungefähr 700 Personen, von denen mindestens 100 ihr Leben lang verkrüppelt sein werden. Drei der vier stammten aus pakistanischen Einwandererfamilien, aber sie waren in Großbritannien geboren und aufgewachsen. Der vierte war gebürtiger Jamaikaner, naturalisierter Brite und zum Islam übergetreten. Er und ein anderer waren noch Teenager, der dritte war 22 und der Führer der Gruppe 30. Alle waren radikalisiert oder durch Gehirnwäsche zu extremen Fanatikern gemacht worden, nicht im Ausland, sondern im Herzen von England, in extremistischen Moscheen, in denen sie Hetzpredigern gelauscht hatten. Innerhalb von 24 Stunden nach der Explosion waren die Täter identifiziert und ihr Wohnsitz ermittelt. Sie waren allesamt im Norden Englands ansässig, in Leeds und Umgebung, und tatsächlich hatten alle einen mehr oder weniger stark ausgeprägten Yorkshire-Dialekt gesprochen. Der Anführer war ein Sonderschullehrer namens Mohamed Sedeq Khan. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen stieß die Polizei auf einen kleinen Schatz, über den sie die Öffentlichkeit nicht informierte. Vier Quittungen belegten, dass einer der beiden Älteren Billighandys gekauft hatte, Triebandgeräte, die fast überall auf der Welt benutzt werden können, ausgestattet mit Prepaid-Karten im Wert von 20 Pfund. Diese Telefone waren verschwunden. Aber die Polizei konnte ihre Nummern ermitteln und setzte sie auf eine Watchlist für den Fall, dass sie jemals aktiviert werden sollten. Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass Sedeq Khan und sein engster Vertrauter in der Gruppe im November zuvor drei Monate in Pakistan verbracht hatten. Die Ermittlungen ist in der Gruppe im November zuvor drei Monate in Pakistan. Die Ermittlungen ist in der Gruppe im November zuvor drei Monate in Pakistan.